Hi meine Lieben, heute habe ich ein neues Video für euch und zwar von unserem Familienrückblick. Die Hochzeit von Adrian und von mir, da haben wir standesamtlich geheiratet im Jahr 2003, kurz bevor Max gekommen ist. Und die Aufnahmen sind so ein bisschen schlechter, das heißt die Qualität ist ein bisschen verwackelt und ein bisschen unscharf teilweise, die Kameraaufnahmen. Aber wir haben es trotzdem irgendwann mal aufgenommen damals. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Adrian, ist es Ihr Wille, mit Marie den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Marie, ist es auch Ihr eigener Wille, mit Adrian die Ehe einzugehen? Ja. Ich habe hier eine Anleitung gefunden zum Wickeln eines Säuglings, die soll Marie laut vorlesen. Und Adrian wickelt diesen bereitliegenden Säugling mit der bereitliegenden Windel nach Anweisung. Ich nehme eine arabische Stockwindel aus Baumwolle, z.B. 60 x 60, die ist aus der 80 x 80 cm. Diese wird in der diagonalen Hälfte auf einem Dreieck gefaltet. Das ist so entlang eine Dreieck und das andere. Du sollst verliegen! Und was sagt ihr jetzt im Haar? Nein! Noch nicht für mich! Auf die kasse! Mit den Kopf, so auf. Ach ja... Hör, was? Das liegt doch so! Nein! Auf keinen Hälfte! Steht da alles! Auf keinen Hälfte! Nee, nicht helfen! Laut vorlesen! für das Säuglings, der rechte Winkel, hier der Stütze zeigt Richtung des ... Nun wird die Spitze des Dreiecks durch den Schritt des Säuglings über das Intimbereich gelegt. Die Spitze wird hierbei je nach Tuchgröße bis zum Bauchnabel gezogen. Du musst den Body aufmachen. Die freiliege Spitzenwinkel des Dreiecks links und rechts werden von der Seite her in die Mitte geführt. Erst eine Seite, dann leicht vor seiner Drehe, sodass die eine Seite faltenfrei Richtung Rücken geführt wird. Mit der anderen Spitzenseite fährt man genau so hoch, nur in die andere Richtung. Faltenfrei! Die Oberfläche soll das Ganze zu einer Lüste beziehen. Das heißt, Papa muss sich jetzt konzentrieren. Dann wird alles bedeckt. Guck mal, da liegt. Die hohen Belage wird dann zur Beferziehung oben und locker und faltenfrei eingesteckt. Fertig! Was ist das? Kommt auf! Wenn Windeln nass, sieh an! Auf der Rückseite könnt ihr uns nochmal angucken, wie das die Profis machen. Die Profis haben Pampers! Genau! Wie man so ein Kind hält! Das ist richtig hier, ja! Mitten im Kerl! Auf dem Blas! Alles anders! Alles anders! Das ist richtig! Du kannst ertalig! Wie man so ein Kind hält! Die Augen geführt werden! Du kannst! Das ist die Augen geführt! Pullen Sie in der Hand!